Herzlich willkommen zu unserem letzten Studium in dieser Reihe der Lehren unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir haben eine Reise gemacht durch viele Lehren, die wir gelernt haben, die unser Heiland lehrte. Und jetzt kommen wir zu dem Abschluss, zu der Krönung, wenn man so will, seiner Lehren, nämlich die Verheißung, dass er wiederkommen wird. Und jetzt das zweite Kommen unseres Heilandes Jesus Christus. Nachdem er zum Himmel genommen wurde, wie es beschrieben steht in Apostelgeschichte 1, da gingen die Jünger hin und hatten jetzt eine Erwartung, eine Erwartung und eine Hoffnung. Sie hatten eine Mission, die sie machen sollten bis zu seiner Wiederkunft. So stellt sich die Frage als allererstes, warum kommt Jesus ein zweites Mal wieder und welches ist der Zeitpunkt seines zweiten Kommens? Und ja, wie wird er letztendlich ein zweites Mal kommen? Ich denke, es ist wichtig, wenn wir uns die letzte Betrachtung erinnern über den Tod und Auferstehung, dass wenn die Menschen bei ihrem Tod nicht in den Himmel gehen, sondern erst mal im Grabe ruhen, dann ist die Wiederkunft Jesu das Ereignis, das sie zurückbringt, das sie wieder zum Leben ruft und somit man beim Herrn sein wird in alle Ewigkeit. Wir haben das letztes Mal gelesen in dem schönen Beschreibung des ersten Thessalonicher Briefs im Kapitel 4, Abvers 13. Aber die Frage ist, wann wird er denn kommen? Und welches wird das Zeichen sein seines Kommens? Warum ist er noch nicht gekommen? Weshalb sind nahezu 2000 Jahre vergangen, seitdem er aufgestiegen ist und seitdem die Verheißung gegeben wurde, er kommt wieder. Es gibt viele Ideen, die die Menschen so zusammengesammelt haben, über die Wiederkunft Christi, über das Wie seines Kommens, über das Warum und sicherlich auch über das Wann. So, eines der Dinge, die wir verstehen müssen, ist, dass alle diese Fragen miteinander verbunden sind. Wir können nicht das Wie, das Wann und das Warum wirklich voneinander trennen. Deshalb möchte ich zunächst ein wenig einen Vergleich machen zwischen dem ersten Kommen Jesu und seinem zweiten. Und wir wollen das ein wenig betrachten, weil wir wurden gewarnt von Jesus selbst in Matthäus 24 ausdrücklich mehrmals, dass es werden viele falsche Christusse aufstehen nach ihm und falsche Propheten und werden versuchen, die Menschen zu verführen. Es ist erstaunlich, dass bei dem ersten Kommen Christi die Verführung Satans gelungen ist. Auch seine eigenen Jünger haben nicht gewusst, welches der Zweck ist seines Kommens. Sie haben nicht gewusst, warum der Erlöser kommen sollte. Sie haben vielleicht die Zeit mehr oder weniger, aber sie waren völlig konfus über das, wie er kommen soll. Obwohl sie ja die Schrift hatten und obwohl sie ja unmissverständlich spricht. So kann es sein, dass die Geschichte sich wiederholt. Auch bei dem zweiten Kommen Jesu, dass die, die auf ihn warten oder die sogar sagen, ja, sie bereiten sich vor, dennoch das Ereignis missdeuten und letztendlich bei seiner Ankunft nicht bereit sind, verblendet von einer falschen Idee, von einer falschen Lehre, die sie falsch handeln lässt, sodass dieses Ereignis kommt, wie er gesagt hat, wie ein Dieb in der Nacht und findet sie nicht bereit. Kann es sein, dass um die Wiederkunft Jesu es genauso viele Geheimnisse oder Dunkelheiten gibt, Verwirrungen, wie es damals gab bei dem ersten Kommen Jesu? Und wir sprechen ja nicht hier um die Verwirrung der Welt, weil interessant ist, dass beim ersten Kommen Jesu die Könige, die Weisen aus dem Morgenland, die studiert hatten, die Prophetie, das Ereignis wussten und kannten, während die Kinder Gottes, das Volk Israel, es nicht wusste, obwohl sie die Heiligen Schriften über Jahre lang hatten und studiert hatten. So, lasst uns ein wenig betrachten, wo war der Fehler der ersten, der Menschen, die das erste Kommen Jesu erwarteten? Und wo könnte sich der Fehler eingeschlichen haben für uns, die wir auf das zweite Kommen Jesu warten? So, wir wollen uns deshalb die zwei Ereignisse anschauen, das 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 Kommen Christi und wir haben hier das erste Kommen das erste Kommen und hier haben wir das zweite Kommen Was ist es, was uns die Klarheit gibt über das erste Kommen? Was war es, was das Licht über das erste Kommen gab? Und wir wissen alle, dass es die Prophetie war. Wir wissen, dass die Propheten es vorausgesagt hatten. die Propheten haben das erste Kommen, aber sie haben auch das zweite Kommen vorausgesagt. Und das alles noch vor Christi erstes Kommen. und die, die die Prophetie studiert haben zur Zeit Jesu oder davor, haben die zwei Ereignisse nicht auseinander gehalten. Und sie haben und sind in den Irrtum hineingefallen, der ein genereller Irrtum des Bösen ist, er macht, dass wir Dinge nicht auseinander halten können oder dass wir die Reihe, Folge der Dinge verwechseln und damit kommen wir natürlich durcheinander. So, sie haben als erstes erwartet, dass Jesus kommt, wie dann, wenn er das zweite Mal kommt. Sie haben also die zwei Ankündigungen des Messias nicht voneinander trennen können. Sie haben übersehen sein erstes Kommen, welches dahin führen sollte, um die Sünde zu erledigen. Wenn wir das nehmen, der Hebräerbrief beschreibt, ist es so wunderbar, im Kapitel 9 des Hebräerbriefes im letzten Vers 20, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. So, die Sünde auf sich nehmen und erst beim zweiten Mal kommt er zum Heil, das heißt, in dem Sinne zur Erlösung aus den Umständen dieser Welt. So, das sind natürlich zwei unterschiedliche Ereignisse, das eine hat einen Zweck, das andere hat einen anderen Zweck. Und bringt man die zwei Gründe der Ereignisse durcheinander, dann hat man natürlich Schwierigkeiten, große Schwierigkeiten, weil man verwechselt das und kommt nicht zum Ziel. So, das erste kommen Christi hatte einen Zweck und das zweite kommen Christi hat einen Zweck. Und wohlgemerkt, das zweite kommen Christi kommt zur Erlösung. Wozu ist denn das erste dann gekommen? Ist es nicht auch Erlösung, die Sünde auf sich zu nehmen? Es ist eine Erlösung, aber es ist eine andere Art von Erlösung gemeint, wie die beim Zweiten kommen. Beim Zweiten kommen, kommt er in Macht und Herrlichkeit und er kommt als Richter der Welt, er bringt denen das Heil, die endgültige Lösung aus einer Welt, die umgeben ist von Not, von Elend, von Kriegen und von Krankheit, das ist die physische, wenn man so will, Erlösung. Hier geht es um die Erlösung des, wenn man so will, des Leibes. Ja, wenn man die Bibel genau forscht, dann sieht man, hier kommt es um eine physische Erlösung. Hier geht es darum, dass alle Dinge zum Ende kommen, es ist jetzt hier die sozusagen die Erfüllung in der Tat, im Leib, ja, das sagt einfach die Schrift so, dass wir warten auf das Leibes Erlösung. Aber welche Erlösung kam denn Christus zu bringen uns in seinem ersten Kommen? Es war die Erlösung des Herzens aus der Gefangenschaft aus der Gefangenschaft der Sünde. Das ist das erste Werk, damit es das zweite geben kann, die Erlösung des Leibes, die Erlösung die physische, das heißt, wenn dann alles, dass wir wieder bereit sind, in den Himmel einzugehen, davor muss eine Erlösung des Herzens stattfinden, das ist nicht eine physische, sondern eine geistige Erlösung. Da geht es um die Erlösung des Wesens des Menschen. Hier ist nur die Erfüllung des vorausgegangenen Werkes. Und wenn man diese Dinge nicht schön voneinander trennt, so wie es die Schrift macht, im Alten Testament schon sehr deutlich, im Neuen Testament ist es selbstverständlich, weil es ist ja hier Licht gekommen, aber bevor das Licht kam, bevor Christus am Kreuz starb, blieb das erste Kommen Jesu eines, was finster war, was die Menschen nicht verstanden, weil sie es dieses Werk nicht wussten, obwohl dieses Werk beschrieben wird, ja, noch mehr wie das zweite, sie haben es darauf gepolt und haben gewartet auf die Erlösung ihres Leibes, auf die Erlösung von den Römern, auf das Kommen Jesu in einem irdischen physischen Reich, nicht das Kommen Jesu in ihre Herzen, die Erlösung des Geistes und dann die Erlösung des Leibes. So, das sind Bildersprache, dass wir es verstehen. So, was brachte die Dunkelheit hier und was bringt es, dass wir heute vielleicht die Dinge auch durcheinander bringen und nicht verstehen, was wohin gehört. Als Jesus geboren wurde, zum Beispiel, kommen die Weisen aus dem Morgenland und sie haben den Stern gesehen, von dem schon Biliam voraussagt in seiner Weissagung, als er über dem Volk Israel stand auf dem Berg der Midianiter. Dort haben sie geforscht und sie haben den Stern gesehen und sie kommen und der Stern verschwindet, als sie in Jerusalem sind und sie wissen nicht, wohin sollen sie jetzt gehen und sie gehen zum König und sagen, wo ist jetzt der neugeborene König der Juden und Herodes erschreckt sich, er sucht nach den Schriftgelehrten, er sucht nach den Obersten im Reich und er sagt, woher kommt denn der Messias, wo wird er herkommen und sie sagen ihnen ohne große Schwierigkeiten, sie kennen ja die Prophetie, ja er kommt aus Bethlehem und so wissen die Weisen, wohin sie hingehen sollen, aber erstaunlich ist es, dass keiner der Schriftgelehrten und Pharisäer aufgrund dieser Frage sagen, könnte es sein, dass jetzt die Zeit ist, könnte es sein, dass jetzt der Messias kommt, ich habe mich gefragt, warum gehen die denn nicht nach Bethlehem und sagen, wenn schon diese Leute aus dem fernen Lande kommen, spinnen die, sind die irgendwie irrgeleitet oder wissen die etwas, was wir nicht wissen und nachdem sie alles durchforschen sagen sie nein, die wissen nicht etwas, was wir nicht wissen und sie gehen nicht nach Bethlehem auch Herodes geht nicht es gehen nur die Weisen aus dem Morgenland und sie finden es in Bethlehem und sie finden das Kino der Krippe sie gehen da nicht hin und sie warten vielleicht kommen die Weisen zurück und berichten aber die Weisen kommen nicht mehr zurück weil sie werden von dem Engel in eine andere Richtung gelenkt der Herodes aus Glauben an die Prophetie und aus Furcht weil ihr wisst nicht jeder Glaube an die Prophetie führt zur Erlösung sondern er führt zur Furcht so geht er hin und macht das Massaker dort in Bethlehem und tötet alle Kinder bis zu zwei Jahren aber die Pharisäer warum gehen sie denn nicht ich vermute ich kann es nur vermuten aber sie waren in ihrem Hochmut in ihrer Erkenntnis der Schrift so gewappnet so sicher dass sie Dinge richtig verstehen dass sie sagten wenn er aus Bethlehem kommt dann kommt er natürlich nicht geboren in Bethlehem sondern er steht auf in Bethlehem vielleicht kommt er da als Herrscher aus aus Bethlehem sie haben nicht wirklich geglaubt dass der Messias geboren werden muss er hat nicht die Idee des der Inkarnation das haben sie nicht verstanden dass Gott sich hinab lässt und als Baby kommt wahrscheinlich haben sie erwartet dass das ganze plötzlich ist da ein Mensch ein Herrscher und er wird aus Bethlehem kommen sicherlich nicht die Nazareth aufwachsen und sie kümmern sich einfach nicht sie sind blind die Jünger Jesu obwohl sie dreieinhalb Jahre mit Jesus gehen erkennen nicht dass Jesus zuerst sterben muss sie erkennen nicht die Prophetie wie sie von Moses angefangen erklärt ist obwohl sie Studenten waren der Prophetie und sich in den Schriften auskannten Jesus versucht ihnen klar zu machen dass er zum Kreuz zuerst muss er macht ihnen klar es muss zuerst in ihrem Herzen etwas geschehen aber sie verstehen es nicht weil ihre Vorurteile ihre Scheu ihre Klappen auf ihren Augen es ihnen verhinderte es zu sehen wenn du überzeugt bist etwas findet genau in der Weise statt und jemand anders kommt und es kommt dann anders dann bist du enttäuscht weil du bist ja überzeugt das was du denkst ist richtig und so konnte nicht einmal der Herr in seiner geschickten Art Dinge zu erklären seine Jünger vor der größten Enttäuschung ihres Lebens bewahren weil sie nicht wussten wann oder wie er kommt weil sie dachten er kommt als physischer König er kommt als Königreich um in Jerusalem zu herrschen und sie zu befreien und sie wollten auf dieser Erde ein Königreich mit ihm als seine Mitregenten aufrechte und sie verstanden Jesu Worte nicht bis zur Stunde der Enttäuschung bis nach der Enttäuschung als Jesus auferstanden war und ihnen die Schrift erklärte und dann die ganzen Prophetien die sie kannten die ganze Schrift die sie kannten bekam jetzt einen völlig neuen Aspekt und wir finden sie wie sie dann in Jerusalem predigen und versuchen die Leute zu überzeugen dass das ist der Messias gewesen den sie gekreuzigt haben weil so wurde es vorausgesagt und so ist es geschehen und wir waren alle blind und haben es nicht gesehen und so müssen sie durch diese Tiefenttäuschung gehen und Jesus kann ihnen die Schrift und das was er meinte von seinem ersten kommen erst anschließend erklären und erst anschließend werden sie wenn man so will erleuchtet und erst anschließend sehen sie jetzt mit klarem Auge wie die Dinge tatsächlich sind brauchen wir Sicherheit brauchen wir Festigkeit brauchen wir eine klare Überzeugung dass das was wir glauben richtig ist die Juden bei der ersten Ankunft Christi waren sich auch sicher sie stützten sich auf die Propheten und sie konnten viele Dinge genauestens sagen sie wussten nach aus Nazareth kommt kein Prophet sie hatten eine Sicht und dennoch hat es ihnen nichts geholfen ja sogar das hat sie mehr verantwortlich gemacht weil sie haben die Schriften nicht verstanden ein erster Gedanke warum das so ist ein erster Gedanke der beschreibt der Apostel Paulus im ersten Korinther Brief im zweiten Kapitel das ist das was die erste Voraussetzung ist dass wir Dinge verstehen es steht in Vers 14 der natürliche Mensch aber nimmt nicht an was vom Geist Gottes ist denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen weil es geistlich beurteilt werden muss das heißt es gibt eine Art forschende Schrift die zwar Erkenntnis bringt aber keine Erkenntnis im Sinne des Geistes Gottes man studiert die Schrift aber man findet doch nicht den richtigen Weg die Voraussetzung ist dass ich ein bekehrter Mensch bin ich brauche den Heiligen Geist ich muss ein geistlicher Mensch zuerst werden ich muss ein neugeborenes Wesen sein das sich vom Geiste Gottes leiten lässt und die Schrift dementsprechend auch versteht weil viele Dinge sind in der Schrift nicht auseinander zu halten nicht verständlich aufgrund eines natürlichen Geistes und eines der wichtigen Dinge meine lieben wenn auch ein Mensch bevor seine Bekehrung verstehen kann dass er einen Erlöser braucht verstehen kann so manchen Text der Schrift so kann er dennoch in die Geheimnisse wenn man so will der Prophetie nicht einsteigen auch wenn in der Prophetie Dinge sind die auch ein ungeistlicher verstehen kann er kann den Zusammenhang nicht sehen also ist er blind er sieht hier ein bisschen puzzle und da ein bisschen puzzle aber das Verbindungsglied fehlt und so ist er ganz im Irrtum auch wenn es ein Teil Wahrheit ist was er weiß so der erste Voraussetzung dass wir heute nicht irregeleitet werden weil wir haben auch heute in unserer Gemeinde so viele Meinungen über die Prophetie und wir haben so viele Meinungen über das Kommen Jesu dass man es wie soll man es auseinander halten gibt viele Gemeinsamkeiten aber an gewissen Stellen hat jeder so seine eigene Interpretation und man fragt sich er hat recht jeder bringt gute Argumente jeder hat geforscht ganz egal welches sein name ist aber der eine sagt es so der andere sagt es so und der dritte sagt es vielleicht wieder mit einer anderen mit einer anderen Betonung und jeder stützt sich letztendlich auf die Prophetie kann es sein dass man Prophetie studiert und dennoch nicht versteht was sie meint ist eine ernste Frage ich habe die Prophetie studiert seit meiner frühsten Jugend Zeit weil ich hatte den Wunsch Prediger zu sein und ich hatte eine Schwester eine ältere Schwester die hatte die Bücher dort die alten Bücher ich war noch ein Kind von der Erklärung der Offenbarung von Konradi von unterschiedlichen es waren damals nicht so viele Kommentatoren aber ich habe sie damals studiert als ich 16 17 Jahre alt war und wollte sie ergründen wie ist es was will sie sagen und ich bin auch heute noch ein Student der Prophetie aber ich muss sagen heute verstehe ich manche Dinge aufgrund dessen dass ich mehr und mehr in meinem Heiland wachse besser und anders vor allen Dingen die Beziehung untereinander und auch die Trennung von Dingen verstehe ich immer besser was was mir hundertprozentige Sicherheit dass ich nicht fehl liege erstens ich muss mich prüfen bin ich wirklich in Christus oder bin ich nicht in Christus das ist das erste was ich mich prüfen muss ich muss schauen ist mein herz ganz dem herrn oder ist es nicht ganz dem herrn dann wird er mich lenken auch wenn es eine weile dauert bis die vorurteile die fehlinformation die man gesammelt hat eliminiert es wird aber dennoch gott wird keinen seiner kinder die ein inniges verhältnis mit ihm haben in der fünsternis lassen und sie brauchen dafür nicht kommentatoren sie können selbst an die schrift gehen und jeder vom geiste gottes geführte wird in den punkten die entscheidend sind fürs leben und für das abschließen des werkes zum selben ergebnis kommen so wir können uns zwar informieren bei dem anderen und dem anderen und ich war letzte woche so ein wenig durcheinander weil ich eine e-mail bekommen hatte und da hieß es jetzt der dritte weltkrieg kann wann auch immer losgehen und da gibt es einen menschen der die prophetie auslegt und besonders Daniel Kapitel 11 und sagt dort Islam und Christenheit und und verkündigt das im internet und ich habe natürlich mir die den vortrag unterwegs wo ich war angeschaut und während ich vieles nachvollziehen konnte konnte ich dennoch nicht zum selben schluss kommen wie der jenige der es beschrieb und mir blieb nichts anderes übrig als ich zur schrift zu gehen und sagen ok herr erkläre es mir ich muss es wissen wo soll ich hingehen ich kann verschiedene kombinatoren gerade über Daniel Kapitel 11 die letzten verse werden heute unterschiedlich interpretiert die alten hatten eine interpretation wenn man zur geschichte geht Uriah Smith und dann haben andere wieder eine andere interpretation heute und und so geht es immer weiter und ich will ja auch wissen und ich möchte es erkennen aber ich habe keine andere Möglichkeit außer zur Bibel zu gehen und Gott zu bitten es mir zu erklären und eines Tages werde ich es genau wissen ich muss nur warten können aber es ist etwas was noch viel wichtiger ist wie das und das ist das entscheidende um das zweite zu verstehen nämlich das verstehen des ersten kommen Christi wer das nicht versteht kann auch das zweite kommen Christi nicht begreifen und wird im Irrtum bleiben ganz egal welche großen entdeckungen er nebenher hat oder sieht in der Prophetie was ist also was ich verstehen muss beim ersten kommen Christi ich muss verstehen den zweck seines kommens und die art und weise seines kommens das neue testament spricht viel von kommen jesu und von der einen sache die so entscheidend ist und heute nicht mehr verstanden wird und das ist der zusammenhang zwischen dem ersten kommen und dem zweiten kommen gibt gibt es denn für das erste kommen jesu auf diese welt eine bedingung von seiten des menschen musste der mensch gewisse voraussetzungen erfüllen damit jesus das erste mal kommt und ich denke wir können diese frage ganz deutlich beantworten mit nein der mensch war gefallen und gott verheißt im ersten buch mose kapitel 3 vers 15 das kommen des messias und er wird dem der schlange den kopf zu treten und sie wird ihn in die ferse stechen das ist sein erstes kommen sein erstes kommen ist darin beschrieben und wenn man so will auch das zweite kommen wo die macht des satans endgültig gebrochen sein wird so aber es war von menschen seite keine voraussetzung die welt war so tief gefallen als jesus kam in diese welt die finsternis des volkes gottes war maximal die finsternis der heiden muss man nicht berechnen die war auch so und so kommt jesus in diese welt aber ist denn sein zweites kommen auch unabhängig von den menschen auf dieser welt oder ist es abhängig davon jesus macht es ganz klar deutlich es sind viele dinge dinge ich nehme nur und zähle sie weil sie können es selber nachforschen es ist vielleicht das einfachste ist sein erstes gleichnis das er erklärt in matthäus 13 wo er sagt ganz klar und deutlich dass das königreich anfängt wenn man so will mit dem säen eines samens und es steht hier in vers 36 oder 37 und er antwortet und sprach zu ihnen dem guten samen seht ist der sohn des menschen und der sohn des menschen ist christus er ist der der bei seinem ersten kommen das tut aber er sät den guten samen schon davor der acker ist die welt die gut der gute same sind die kinder des reiches so der same ist nicht nur das evangelium es ist auch die die das evangelium annehmen das unkraut aber sind die kinder des bösen das heißt das evangelium wird gesät der menschen sohn sät einen samen aber der acker ist die welt und wenn der same das evangelium ist so ist es und das wort gottes so ist es aber auch gleichzeitig das was daraus entsteht so sind es die menschen die den guten samen ausmachen und es sind die menschen die das unkraut ausmachen der feind der sät ist der teufel so der teufel sät das unkraut er sät eine falsche idee eine falsche lehre die ernte ist das ende der weltzeit die schnitt sind die engel das ende ist also die das ende der weltzeit gleich wie man das unkraut sammelt und mit feuer verbrennt so wird es sein am ende dieser weltzeit der sohn des menschen wird seine engel aussenden und sie werden alle ärgernisse und die gesetzlosigkeit verüben aus die die das machen aus seinem reich sammeln und werden sie in den feuer ofen werfen dort wird das heul und das zähne knirschen sein dann werden die gerechten leuchten wie die sonne im reich ihres vaters wer ohren hat zu hören der höre und wenn wir noch vers 28 davor lesen er aber sprach zu ihnen das hat der feind getan es ging um den unkraut da sagten die knechte zu ihm willst du nun dass wir hingehen und es zusammen lesen er aber sprach nein damit ihr nicht beim zusammen lesen des Unkrauts zugleich mit ihm den weizen ausreißt las beides miteinander wachsen bis zur ernte und zur zeit der ernte will ich den schnitten sagen les zuerst das Unkraut zusammen und bind es in den bündel dass man es verbrenne den Weizen aber sammelt in meine Scheune so es ist also notwendig für das zweite kommen Christi dass der Weizen als auch das Unkraut zur Reife kommt es gibt davor keine Ernte es gibt davor keine wenn man so will keine Trennung und keine Konsequenz deshalb wenn Jesus kommt in den Wolken des Himmels in Offenbarung 14 dann kommt er mit einer Sichel auf der einen Seite und er kommt mit der um die Ernte der der des Weizens einzuführen als auch die Ernte der Weintraub hier wird es nicht Weizen und Unkraut sondern hier werden es wird es getrennt die einen sind die scharfe sicher in seiner Hand und er schickt die Engel dass sie ernten weil die Erde er sagt hier begründet es in Vers 16 und auf der Wolke satz warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde geerntet der Text davor sagt weil die Ernte der Erde überreif geworden ist sie ist also reif geworden und ihr seht sogar überreif ist wenn es bisschen die Zeit schon zu viel gegangen ist und jetzt müssen wir ernten sowohl den Weizen und auch die Beeren denn sie seine Beeren sind reif geworden in Vers 18 letzte Teil so hier wird deutlich die Reifung das kommen des Schnitters das kommen der Ernte kann erst dann kommen wenn eine Reifung statt gefunden hat und der größte Irrtum der aus dem nicht Verständnis des ersten kommens Christi herauskommt nämlich das erste kommen Christi muss zu einer völligen Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde führen das glauben aber die meisten heute nicht mehr und damit fallen sie in den Irrtum hinein dass Gott sie lösen könnte trotzdem dass sie nicht reif sind trotzdem dass sie noch nicht zu Ende gekommen sind von der Befreiung von der Sünde und weil viele Jahre vergangen sind sind die Menschen deshalb verwirrt und durcheinander aber die Bibel ist eindeutig und klar das erste kommen Christi hat zum Zweck die Befreiung des Menschen aus der Knechtschaft der Sünde und sie begann im Leben Jesu am Kreuz und bei der Auferstehung und wird weitergeführt im himmlischen Heiligtum bis das Werk vollendet ist an den Menschen auf dieser Welt und das Werk der Erlösung oder das Werk Christi im Himmel als hohe Priester bringt sowohl die zum Reifen die ihm dienen und die Gottlosen weil sie ihn ablehnen kommen auch zur Reife aber bevor nicht beides reif ist ist das Beenden seines Werkes als hohe Priester und als Kommen als nächstes als König nicht möglich und so ist der größte Irrtum dem die wartenden ich sage in Anführungsstich wartenden Gläubigen anheim gefallen sind mit dem Satan das Werk des Kommens Christi deutlich verzögert ist dass die die auf ihn warten nicht mehr glauben dass sie einen teil bei seinem kommen spielen das ist die Katastrophe in der wir uns befinden das ist das 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 schlimmste der schlimmste Irrtum der gläubigen Menschen der Christen in dieser Welt ist meines Erachtens vielleicht gibt es noch was schlimmeres dass man aus der nicht verstehen des ersten Bereiches die Menschen kommen heute und sagen die meisten gläubigen kommen und sagen die Erlösung hat hier statt gefunden und dann muss ich nur stöhnen gerade am letzten Wochenende sprach ich mit ein paar Theologiestudenten und da fiel die Aussage wir tun die guten Werke weil wir erlöst sind und dann frage ich mich ist das stimmt das oder stimmt das nicht was ist gemeint mit diesem Wort Erlösung was ist es man redet viel über Heils Gewissheit und man will sicher sein man hat die Erlösung aber ich lese in der Heiligen Schrift und werden es im nächsten Studium über Jakobus Brief sehen dass die Erlösung des Leibes die physische Erlösung erst stattfindet und stattfinden kann wenn das Herz befreit ist so der der die erste Idee ist hier beim ersten kommen dass die Erlösung in Christus stattgefunden hätte wenn jemand Christus annimmt was stattfindet ist nur die Neugeburt es fängt das Leben an ich bin vom Tode zum Leben hindurch gedrungen das Leben fängt an hier aber die Befreiung von der Sünde ist nicht ein Werk von heute auf morgen sondern ist ein Werk das sich durchzieht durchs Leben und erst wenn das hier abgeschlossen ist wenn aus einem Kind ein Erwachsener geworden ist sagt die Schrift folgt die physische Erlösung die endgültige Erlösung so wir können von einem Prozess der Erlösung sprechen nicht von einem Ereignis an sich das Ereignis an sich der Erlösung liegt in der Zukunft ich befinde mich in einem Prozess der Erlösung ich habe angefangen mit Gott zu gehen ich bin aber ich muss eine Menge Dinge lernen ich muss einen schmalen Pfad gehen ich muss überwinden weil die Schrift sagt ganz deutlich Offenbarung an alle Gemeinden die nach Jesu kommen die sieben Gemeinden beenden alle mit ein und dem selben Grundsatz ich lese nur den von der letzten Gemeinde von Laudizea und die sagt hier in Vers 12 nein Vers 21 wer überwindet wer überwindet wer überwindet wer überwindet wer überwindet nirgendwo sagt die Schrift du bist erlöst einmal und jetzt ist alles gut der Paulus sagt wer da stehe sie zu dass er nicht falle die Menschheit die Christenheit wiegt sich heute in einer furchtbaren in einem furchtbaren Selbstsicherheit der Erlösung die Erlösung ist finale wir sind erlöst worden ja aus der Gefangenschaft des Satans in unserem Herzen ist Christus eingezogen aber jetzt muss ein Werk getan werden und das muss zum Überwinder führen bis das Werk nicht getan ist kommt die Sache nicht zum Ende weil sie wie soll Christus sein Werk beenden wenn mein Leben noch nicht rein ist und er hat es sich gesetzt dass ein Volk ist am Ende der Zeit die auf ihn warten die vorbereitet sind das sind die versiegelten die mit dem lamm stehen auf dem berg ziehen in offenbarung 14 sie haben so sagt es hier über wunden sie haben den namen geschrieben und in kapitel 15 und 16 sie sind die die überwunden haben und singen das lied des moses und des lammes so die erlösung wohlgemerkt ist ein prozess und dann kommen andere und dann betrügt es satan andere wieder die sagen ja wenn ich nicht vollkommen bin dann kann mich christus nicht erlösen wiederum die grundidee ist falsch weil ich muss etwas tun zuerst damit ich erlöst werden kann nein die erlösung beinhaltet die vollkommenheit des menschen es ist gerade das werk der erlösung das es tut ich muss nicht vollkommen sein um erlöst zu werden das würde bedeuten ich kann das werk selber tun nein jesus ist gekommen um die sünder zum heil zu rufen sünder müssen zur vollkommen geführt werden und das ist ein prozess der lösung er fängt irgendwo an und wird irgendwann mal abgeschlossen mit der versiegelung der 144.000 gemessen an der endzeit ansonsten wird es abgeschlossen irgendwann mal im leben eines menschen aber aber wohlgemerkt erlösung ist ein prozess und er beinhaltet das vollenden des menschen und christus kann sein werk nur dann vollenden wenn wir mit ihm zusammenarbeiten und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten und sein werk im heiligtum als hoher priester das er angefangen hat in uns auch vollendet wie der paulus sagt ich bin gewiss dass der sein gutes werk in euch begonnen hat es auch zur vollendung führen wird wenn das werk zur vollendung gekommen ist dann tritt er aus aus dem himmlischen heiligtum und dann kommt die phase seiner zurückkunft seiner wiederkunft als könig aller könige und herr aller herren so um das nochmal zusammen zu fassen der irrtum der heutigen wartenden ist dem gegenüber dem irrtum der ersten wartenden in nichts geringer die ersten warteten auf die erlösung des leibes sie haben nicht verstanden jesus kommt um das herz zu erlösen die zweiten meinen sie seien erlöst und es hängt nur noch an gott warum er noch nicht zurückgekommen ist er hat seine pläne die müssen wir nicht so sehr wissen aber in seinen plänen hat er die prophetie hat er er hat uns seine pläne in der prophetie offenbart und und jeder geistlich orientierte kann sie sehen und sich danach richten die prophetie wurde gegeben für den geistlichen menschen nicht für die da draußen die prophetie wurde gegeben für den der weiß der mit gott zusammenarbeitet dass er weiß zu welchem zeitpunkt er was tun soll aber nicht um irgendwelche dinge heraus zu suchen sage ich manchmal oder angst zu verbreiten nein nein die prophetie ist ein festes licht an einem dunklen ort und sie zeigt dem jünger jesu den weg aber versteht er nicht den weg direkt dann versteht er auch die prophetie nicht dann macht man nämlich das beenden des werkes an zeichen abhängig aber man sieht nicht dass diese zeichen gegeben worden sind damit das volk gottes aufsteht man denkt die zeichen sind es die das ende ankündigen dabei sind die zeichen nur für das volk gottes gedacht dass sie sich vorbereiten dass sie endlich an die arbeit gehen und das werk beenden aber wenn das volk nicht erkennt die zeichen der zeit das heißt um wen es geht was sie tun sollen dann gucken wir auf zeichen und sehen ich weiß nicht welche Ereignisse in dieser Weltgeschichte und denken diese Ereignisse in dieser Weltgeschichte markieren das Ende nein sie werden es nicht markieren sie können es nicht weil das Erlösungswerk ist gegeben damit der Mensch vollkommen wird die Schrift sagt hier in Offenbarung 7 der Engel wird geschickt und sagt wartet bis wir versiegelt haben die Knechte Gottes an ihrer Stirn die die verstanden haben dass das kommen jesu abhängig ist von ihrem heiligen Wandel mit Gott von ihrer nicht nur heiligen Wandel mit Gott sondern von ihrer Aktivität zur Lösung der anderen Menschen Sollte Jesus so einfach gestrickt sein dass er uns eine Mission gibt in Matthäus 28 wo er deutlich sagt geht hin in alle Welt und ich bin bei euch bis an der Welt Ende sollte er vorher kommen bevor die Mission abgeschlossen ist und hat er die Engel zu Missionaren gemacht oder uns kann er denn je sich bewegen aus dem himmlischen Heiligtum heraus bevor die Mission die er seinen Jüngern gegeben hat zur Vollendung gebracht wird wie soll das geschehen er wird das schon irgendwie hinkriegen er ist nicht abhängig nein er ist nicht abhängig von dir und von mir von dem einzelnen ist er nicht abhängig aber ist abhängig von einem Volk und das Volk besteht aus Einzelnen deshalb ist die Frage sind wir die die verstanden haben die Zeichen der Zeit dass es Zeit ist uns aufzumachen und das Werk was uns gegeben ist zu vollenden ohne dass Jesus nicht kommen kann dann können noch so viele Flugzeuge in irgendwo hineinfliegen und da können noch so viele Päpste auf diesen Stand kommen und androhen es kommt ein Sonntag und dann können noch so viele Allianzen das das den Sonntag versuchen einzuführen und es können noch so viele Erdbeben und Todes Geschrei und Kriege kommen wie es nur kommen kann das Zünglein an der Waage ist und bleibt das Volk Gottes an ihnen wird es zu Ende gehen oder sich verlängern und das glaubt heute kaum noch jemand das ist aus unseren Geistern verschwunden das hat Satan ausgelöscht dabei ist die Schrift die Jünger Jesu die am nächsten mit ihm gelebt haben und wir haben ja seine Lehren geforscht die verkündigen es uns ohne wenn und aber dass es so ist auch Paulus der mit Jesus separat studiert hat er der den Hebräer Brief schreibt kommt zu keinem anderen Schluss er schreibt den Thessalonicher Brief er schreibt immer wieder um die Endzeit und er kommt zu keinem anderen Schluss außer dass wir dabei beteiligt sind und eine entscheidende Rolle spielen die Zeit ist abgelaufen dennoch möchte ich noch ein zwei Beispiele bringen bezüglich der Schrift der Jünger Jesu die von Jesu gelernt habe die uns deutlich machen dass das kommen Christi abhängig ist von seinem Volk ich möchte als erstes den Apostel Johannes nehmen der Johannes war der engste der Jünger Jesu er war der man kann sagen von Jesus am meisten gelernt hat und Johannes schreibt drei Briefe außerdem dem Evangelium und er schreibt diese Briefe wenn man hinschaut seine nach dem Grunde des Schreibens schreibt er es um sein Volk vorzubereiten für das Ende lasst uns hier lesen in Kapitel drei aber schon in zwei Vers 18 1. Johannes Kapitel 2 Vers 18 Kinder es ist die letzte Stunde und wir gehört habt dass der Antichrist kommt so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten daran erkennen wir dass es die letzte Stunde ist so er schreibt den Leuten damals ja aber ihr werdet merken wenn wir Gott ein bisschen besser kennen dann schreibt Gott immer nicht nur für eine Zeit aber er hat besonders ein Ziel der Endzeit und der Johannes schreibt besonders für das Volk das heute ist ja es ist die letzte Stunde und er sagt dann weiter von den Verführern von den Antichristen sie sind von uns ausgegangen aber sie waren nicht von uns denn wenn sie von uns gewesen wären so wären sie bei uns geblieben aber es sollte offenbart werden dass sie nie alle nicht von uns sind und ihr habt die Salbung von dem heiligen und wisset alles Johannes ist gleich mit Paulus der weiß Erkenntnis kommt nur durch den Geist Gottes durch die geistliche Natur so und jetzt sagt er gegen Ende im Vers 28 und nun Kinder bleibt in ihm das heißt in Christus damit wir Freimütigkeit haben wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft wenn ihr wisset dass er gerecht ist so erkennt auch dass jeder der die Gerechtigkeit tut aus ihm geboren ist seht welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen dass wir Kinder Gottes heißen sollen darum erkennt uns die Welt nicht weil sie ihn nicht erkannt hat geliebte wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden was wir sein werden wir wissen aber dass wir ihm gleich gestaltet sein werden wenn er offenbar werden wird denn wir werden ihn sehen wie er ist und jeder der diese Hoffnung auf ihn hat reinigt sich gleich wie auch er rein ist so was ist die Hoffnung die Hoffnung auf seiner scheinen was tut der jenige der auf seiner scheinen wartet er reinigt sich und er geht dann hier tiefer rein und sagt und ihr wisst dass erschienen ist uns dass er erschienen ist jeder der die sünde tut der tut auch die gesetzlosigkeit und die sünde ist die gesetzlosigkeit und ihr wisst dass er erschienen ist um unsere sünden hinweg zu nehmen und in ihm ist und nicht erkannt so von welchem zustand spricht der johannes hier spricht er von dem zustand des neugeborenen christin doch wohl offensichtlich nicht oder spricht er wenn wir hier kapitel vier und fünf wo er von der vollkommenen liebe spricht spricht er von dem neugeborenen christen oder von dem erwachsenen christ er spricht von dem wie der mensch sein soll wie er sein muss am end geliebte sagte in kapitel vier glaubt nicht jedem geist sondern prüft die geister ob sie aus gott sind denn es sind viele falsche propheten in die welt ausgegangen daran erkennen wir den geist gottes jeder geist der bekennt dass jesus christus im fleisch gekommen ist der ist das gott und jeder geist der nicht bekennt dass jesus christus im fleisch gekommen ist der ist nicht aus gott und das ist der geist des antichristen von dem ihr gehört habt dass er kommt und jetzt schon ist in der welt kinder ihr seid aus gott und habt jene überwunden weil der welcher in euch ist größer ist als der welcher in der welt ist sie sind aus der welt darum reden sie von der welt und die welt hört auf sie wir sind aus gott wer gott erkennt hört auf uns wer nicht aus gott ist hört nicht auf uns daran erkennen wir den geist der wahrheit und den geist des irrtums geliebte lasst uns einander lieben und so weiter er spricht hier von der vollkommenen liebe des menschen lernt man die auf einmal aber er spricht vor allen dingen von dem ersten kommen christi und sagt die welt wenn sie nicht verstanden hat das erste kommen christi wird sie auch nicht verstehen kommen verstehen können was danach kommt und die meisten christen glauben heute nicht dass christus in das fleisch gekommen ist das heißt sie meinen christus hat als er inkarniert wurde als er mensch wurde hat er den menschen getrennt er hat also von der maria nur den körper genommen und den geist hat er von sich oder von gott gehabt also war er eine kombination er hat zwar eine äußere schale als mensch gehabt aber war nicht wirklich mensch weil er hatte nicht den geist eines menschen damit würde gott sein eigenes gesetz das er gegeben hat der vererbung brechen wenn christus nicht ins fleisch gekommen wäre kaum ein christ glaubt heute noch dass christus mensch wurde wirklicher mensch wie wir und dass er eine natur vererbte von der maria wie auch ich sie vererbt habe von meiner mutter ja er hatte auch eine göttliche natur die wir bekommen durch die neugeburt er überwand durch die göttliche natur die fleischliche aber er hatte die fleischliche natur genauso wie wir sie haben das meinte hier der johannes er wusste dass in der letzten zeit sowieso glauben die großen kirchen nicht an die menschwerdung jesu als solches dass er als mensch geworden ist aber auch die anderen christen haben sich alle danach gerichtet inklusive sind wir heute als adventgemeinde in derselben in demselben irrtum des unglaubens hineingefallen dass wir christus nicht mehr verstanden haben warum er kam zum ersten mal und wie er kam und warum er kam und so setzen wir die gesetze auseinander und haben keine sicherheit und keine festigkeit das zeichen dass wir am ende sind ist klar aber es ist nicht dann erst am ende wenn die zeichen geschehen sondern wenn die christen aufstehen und wenn sie den charakter gottes hier die den paulus die der johannes hier beschreibt wirklich auch haben wer nicht liebt der hat gott nicht erkannt denn gott ist liebe das ist der zustand derer die auf dieser welt leben müssen damit jesus kommen kann seines volks die welt muss und kann ihn nur erkennen durch uns der johannes hat keinen zweifel dass wir nur dann vorbereitet sind wenn wir die hoffnung haben und uns reinigen wenn unsere fleischliche natur wenn unsere sündige natur an die niemand mehr glaubt dass überwunden werden kann oder niemand wenige dass überwunden werden kann durch die göttliche natur die uns christus zur verfügung stellt durch die gnade diese sündige natur muss in uns zum völligen stillstand kommen und nichts mehr an uns haben es muss der fürst dieser welt kommen und er darf nichts mehr in uns erregen er muss völlig hilflos stehen vor der kraft der gnade die wir durch christi göttliche natur bekommen so wie er überwunden hat so gibt er uns die fähigkeit auch zu überwinden das fleisch und das fleisch ist die sündige natur aber das alles haben wir vergessen wir denken am ende wird das gott irgendwie schaukeln jesus wird kommen und er wird jeden der neu geboren ist erlösen nein wenn er kommen wird in den wolken des himmels dann gibt es nur entweder völlig reife christin völlig reife menschen oder völlig reife nicht menschen es gibt keine dazwischen die noch wachsen das alles muss zum ende kommen bevor die gnadenzeit schließt so der johannes wusste dass jesus kommt und sein kommen abhängig ist von unserer mitwirkung wusste es denn auch petrus hat petrus es auch gewusst hat petrus auch davon geschrieben wie wir sein sollen gegen ende und diese texte sind vielleicht noch ein bisschen besser bekannt als die der johannes kapitel 3 im zweiten brief ab vers 10 es wird aber der tag des herrn kommen wie ein dieb in der nacht dann werden die himmel mit krachen vergehen die elemente aber vor der hitze sich auflösen und die erde und die werke darauf verbrennen dann und dies alles ausgelöst wird wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen wandel und gottes furcht indem ihr das kommen des tages gottes erwartet und entgegen eilt beschleunigt sagte luther an welchem die himmel sich in glut auflösen die melden männer vor hitze zu schmelzen werden wir warten aber auf seine verheißung einen neuen himmel eine neue erde in der gerechtigkeit wohnt darum geliebte weil ihr dies erwartet so seid eifrig darum bemüht dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in frieden so das ist der endzustand den wir reichen müssen bevor jesus kommt bevor er aus dem heiligtum heraus kommen wir müssen versiegelt werden aber keiner oder wenige heute glauben es noch dennoch bin überzeugt dass gott ein volk hat dass er jetzt in der stille vorbereitet die seinen charakter völlig strahlend wiedergeben werden die in ihrem leben zur vollendung kommen und das siegel des sabbath so wie wir gesehen haben aufgedrückt bekommen und sagen sie ruhen weil sie in die ruhe gottes aus der sünde eingetreten sind und sie warten dann auf des leibes erlösung auf die physische erlösung was gibt uns sicherheit in diesen letzten tagen der weltgeschichte es ist das gesetz nur durch das gesetz können wir das erste kommen christi verstehen und nur durch das gesetz können wir das zweite christi kommen sehen was gibt uns sicherheit in der prophetie nur wenn wir das werk der lösung kennen werden wir auch die prophetie richtig interpretieren können die juden konnten und verstanden das werk der lösung nicht sie verstanden nicht in der lösungsplan deshalb war die prophetie für sie zwar teilweise erkenntnis aber sie hatten keinen zusammenhang die prophetie war für sie wie wenn sie nicht gegeben wäre weil sie hatten die konnten es nicht sehen nur der mensch der geistlich ist derjenige der lösungsplan verstanden hat der mit gott wandelt nur er wird aus der prophetie erkennen was die wahrheit ist derjenige der diese dinge verstanden hat der kennt es und die prophetie muss im rahmen des gesetzes interpretiert werden dann werden wir sicher sein und sicher stehen die lehre von der wiederkunft jesu wäre klar und deutlich würden die die sie am meisten verkündigen das erste kommen verstanden hätten würden wir verstanden haben was lösung überhaupt bedeutet dass sie nicht ein werk eine sekunde ist sondern das werk eines prozesses wir verführen uns durch einseitigkeit und lassen uns er blind verblenden wie die juden ja wir kennen ein teil wahrheit aber wir erkennen nicht den anderen so gehen wir in die ihre wie schaffe eines dieser dinge wofür ich arbeite und persönlich mich einsetze ist dass wir verstehen unseren auftrag in bezug auf das ende und auf das kommen christi die zeichen wurden gegeben damit wir arbeiten die zeichen wurden gegeben damit wir uns orientieren dass gott es beenden will und dass es nur an uns noch liegt dass es noch nicht so weit ist bist du bist du will ich nicht einer zu sein ich glaube ich bin adventist ich glaube an jesu wiederkommt es wird dir nichts nutzen keinem wird der glaube dass jesus wiederkommt nutzen das glauben auch die teufel und sie fürchte sich was dir nutzen wird ist wenn du glaubst dass dein werk das wozu dich gott gerufen hat die mission die er dir gegeben hat erforderlich ist erfüllt zu werden damit er kommt wenn du verstanden hast dass gott ich gerufen hat ein ein werk mitzuspielen in diesem großen ereignis wenn du das verstanden hast dass es darauf ankommt wie du mit arbeitest dass er kommen kann dann können wir uns aufmachen und als volk gottes gemeinsam unter der führung seines geistes durch die mission unser herz zu reinigen zur vollkommen liebe gelangen den stempel der abschlusses in unserem leben bekommen und dann kann das ende kommen die größte irrtum der heutigen christenheit in meinen augen ist zu denken dass der wiederkunft jesu unabhängig ist von dem was auf erden passiert das ist es nicht das gegenteil ist die wahrheit so lasst uns wenn wir diese betrachtung beenden von den lehren jesus uns ein bisschen prüfen und schauen sind wir unter die juden sind wir unter den gläubigen christen und adventisten welche nach welchen glauben wir auch immer bekennen sind wir unter denen die wissen welches das erste kommen jesu ausmacht und sind wir unter denen die wissen wozu wir da sind in dieser welt welches auftrag ist im hinblick auf sein kommen wenn ja dann werden wir arbeiten und durch gottes gnade wird er zu unseren zeiten kommen ich möchte dass er in meiner zeit kommt und ich will alles tun was gott einem menschen beauftragt hat zu tun damit er dieses werk mit gestaltet und der abschluss der mission stattfindet stattfindet und die wiederkunft stattfinden kann der herr erleuchte unsere augen und mache uns deutlich und klar wo wir stehen und was wir zu tun haben amen ein er und Untertitelung. BR 2018